hier ist Stimmung nicht mehr irgendwer schreit hier, da geht's bestimmt lang oh, die Knarre ist grün, ich hab das sieht doch verlockend aus hier ja, das sieht super aus zufälliger Tisch, der an dem Zaun steht wie du da hinfliegst immer so schnell kann ich den gar nicht töten ja, geht mir aber auch gerade ist richtig schlimm, wo die vielen noch kamen aber liegt doch schön viel Muni rum, das ist gut so, was ist das denn da hinten ich glaub da hinten kommt so, oh Gott ja, ich glaub hier kommt irgendwo was Großes ja, das könnte dieser Roboter sein oh, Schei mh, genau oh Gott Kiewik ich versuch's mal mit dir boah, das war ein Volltreffer ich bin tot ich war, ich war zu offen, einfach Hilfe oh 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 oh, jetzt bin ich ganz tot das war's und grad im Deckung gegangen Scheiße Na gut, laden wir einfach neu. Ich glaube, das wurde nicht gerade irgendwo gespeichert. Äh, wie soll man das Vieh denn gleich kriegen, ohne zu sterben? Ich hab das mit der Granate gegen das ganz gut mit dem langen in der Hand halten und dann, dann wird es mir schon mal gebrannt. Äh, ach hier sind wir. Toll. Das hier die Bullet-Time eigentlich immer bis ganz zum Ende laufen? Nee, äh, das mach ich meistens, wenn ich denke, da kommt gleich noch jemand, aber oft kommt da einfach keine mehr. Ah fett, jetzt hab ich auch irgendwie so ne komische Granate hier. Ach stimmt, die hab ich jetzt auch, hab ich gar nicht gesehen eben, beziehungsweise nicht drauf geachtet. Oh, der kommt auch gleich. Ah. Oh. Die sind aber auch schnell. Oh, ich bin einfach so schlecht. Ah, jetzt kommt er wieder. Ah, jetzt kommt er wieder. Was, ich... Oh, das ist echt, überhaupt gar nicht. Na, diese... Kanaten nehmen. Oh, ich mach schon wieder denselben Fehler wie eben. Ja, ich bin wieder tot. Das... das muss schnell kommen. Weil ich hab gar irgendwas gemacht. Ich stell mich auch mal direkt vor ihm, ich denk, ich hab ihn gleich. Oh, na, ja. Oh, na, ja. Du, da hast du jetzt, hast du hier wirklich gegenseitig gemacht. Jawoll. Es sind mehr Decken und so. Die kommen auch. Warte, ich komme. Die ist leider direkt vor uns. Aber passt. Aber gleich haben wir ihn. Gleich haben wir ihn. Ja. Nein. Nein. Oh Mann. Ja, jetzt kommt er von der anderen Seite. Ja, scheiße. Es ist doch nicht mehr normal hier. Ich krieg gleich das Kotzen. So, wir sehen uns dann gleich bei Part 100 wieder. Okay. Es sind 150. Ja, ich glaube, ich muss mich auch ein bisschen mehr irgendwie schützen. Ich mach mal den gleichen Fehler, als ich mich direkt vorhin hinstelle. Und auf ein neues. Den anderen letzten Mal hier. Da hinten kommt aber auch gerade noch einer. Den nicht genial getroffen hat. Demnlicher Stuhl. Es soll die Frage, ob die alle herkommen. Was macht er denn da? Oh, verdammt. Genau. Jetzt muss ich ihn nachladen. Jetzt muss ich ihn nachladen. Oh, verdammt. Genau. Jetzt muss ich ihn nachladen. Oh, da oben ist er. Vorsicht. Der hat doch einen Schuss drauf. Oh, das gibt's doch gar nicht. Die fuhren. Das ist unten. Oh, oh. Ich kann nur weglaufen. Er kann nicht. Ich bin tot. ich bin tot helfe das war es gleich gleich vorbei gleich vorbei das war es das ist weil ich welche weil ich tot bin halt und wenn ich finde das mit der Balken vorbei ist dann ist vorbei ach so okay jetzt muss man mal taktisch an die Hälfte auch vor das Problem ist das Problem sind diese Soldaten immer von vorne und hinten kommen der hat uns ein super Schuss auf dieser Roboter dann müssen sie mehr mit den Granaten auch irgendwie versunken und ich sollte nicht so auf mein Headset richten ich bin jetzt schon fast tot die Granaten es war ein bisschen weit oh scheiße Vorsicht nichts aah oh ich bin schon wieder tot was macht er denn da weil ich komm zu dir ach nein und ich switche zum desktop geiler bockendes Tier ey aber ich lebe noch und ich bin tot ich nicht mehr also gucke wir müssen jetzt hier was ändern so geht es nicht das ist aber auch nicht leicht irgendwie der macht ein paar Schüsse so und dann bist du aber wenn du eben auf dem Desktop warst es kann sein dass deine Dings nicht mehr läuft nö ich nehm noch auf ok ich seh das ja oben links ja das ist gut ja das ist gut jo he 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 ich gucke hier gerade wo man sich hier kann man ich hab auch das Gefühl bei einem fetten Roboter ist das nicht unbedingt die beste Deckung wenn man sich in eine Vollzittel stellt ne hier hilft irgendwie gar nichts da hilft nur drauf halten glaube ich ja wenn ich nicht die ganze Zeit diese Luftballons einsammeln müsste das wäre das immer einiges einfacher krass hm er hat gerade mein Dingschaff jetzt mein Körper mein Leihkörper gleich muss der kommen ja da kommt er drauf halten einfach drauf ey oh da kommt schon diese scheiß Schüsse von dem kann sein kann sein kann sein nichts machen nee überhaupt nicht sonst kommt auch unendlich von diesen anderen Typen ok da kann man gar nicht durch ich muss ein bisschen errennen ich brauche nuni oh scheiße ich versuche jetzt zu rennen und gleichzeitig zu heilen oh jetzt kommen die schon wieder von hinten die Hälte aber auf was aus jawohl alter was ja jawohl ja cool ich bin Sturm bei der Explosion hinter dir bin aufm weg bin hinter dir boah das war jetzt aber auch eine schwere Geburt das war hart also der erste war definitiv leichter auf jeden Fall da hatte man aber auch mehr Deckung ja nicht nur diese diesen Holzmüll brauchst du Granaten? hat ja so ein paar hingelegten ja mal gucken oh schön ja das sieht doch gut aus ja das ist ich glaube ich habe auch einige geworfen aber voll der Geier ja zum leid das das geht gar nichts mehr müssen wir jetzt hin nach vorne ne? schockermäßig sehr wahrscheinlich äh jaa warum nicht wir haben noch gar keinen Almerpöpchen gefunden ne irgendwie nicht mit dem 1 ne? jaa jaa glaub ich bis jetzt hätten wir das vierte finden müssen soweit ich das im Blick hab oh oh na bitte nicht oh jaa wieder aber ich glaube Adern war da nicht ne du bist perfekt du bist verdammt mom no liml limlite cool nix x always schon wieder haben immer hoch geht nicht hier die treppe du abe ach so ich dachte meint es eben ja hast du was gesehen ja und vor allem dachte ich gerade das was hier vorne diese Lampe dachte es ist ein Auge das ist wahrscheinlich was das auch um die sie das aus diesem Auge das ist auf jeden Fall wieder so eine Schocker Passage ich kann nämlich nicht laufen ich kann nur gehen ja das ist bei mir auch hier war aber jemand gar nicht ordentlich nee überhaupt nicht Hauptsache hier die schönen warte mal Nike Adidas irgendwas davon hab's vergessen Puma wir sind Schleichwerbung machen und wenn man die Marken schon nennen da ich man hat man ja auch schon eben I hate you was denn hier was wo der der Fernseher hier wo ich bin das ist ja gerade I hate you ja habe ich auch gesehen jetzt kann ich wieder laufen oh das geht weiter wenn man drauf knallt Misteriös gehst du vor Jörg ich mal vor seit dem ersten Part will ich nicht mehr oh guck mal rechts geht der Tür zu ist doch schön links qualm zum da macke die Lampe sperrt können wir dann hier ich geh hier rein ja oh Gott ich halte diese Musik oh fuck 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 Alter Alter ey da war ich ja im richtigen Moment hier ich